Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf ThieleFootball zum nächsten Stadionvlog. Nachdem ja an den letzten beiden Wochenenden hier bei mir nichts gekommen ist, bin ich heute wieder unterwegs in Fußball-Deutschland und habe direkt mal ein sehr schwieriges Spiel aus Schalkersicht ausgesucht für den nächsten Stadionvlog. Denn heute Abend zum Auftakt des 24. Spieltags geht es für uns Schalker gegen den FC St. Pauli. Damit empfangen wir die beste Mannschaft der 2. Liga, die auf dem besten Wege sind, in die Bundesliga aufzusteigen. Und bei uns ist die Abstiegsangst mal wieder sehr existent. Deswegen wird es ein unglaublich wichtiges Spiel, erst recht was die Stimmungslage auf Schalke angeht. Denn rein sportlich finde ich es sehr, sehr schwierig zu beurteilen, was da heute Abend überhaupt möglich sein wird. Ich freue mich für euch wieder einen Stadionvlog machen zu können. Jetzt geht es auf Richtung Gelsenkirchen. Gelsenkirchen Angekommen auf Schalke um 16 Uhr. Also gute zweieinhalb Stunden vor Anpfiff sind wir schon da. Heute gibt es ja einen Streik ausgerufen von Verdi. Deswegen fahren keine Busse, keine Straßenbahn. Deswegen gibt es heute auf Schalke auch ein paar Probleme mit den Parkplätzen. Deswegen wurde geraten, früh anzureisen. Wir sind früh da und können bereits jetzt ins Stadion. Denn das hat bereits um halb vier geöffnet. Also drei Stunden vor Anpfiff. Ganz entspannt somit hier für uns. Verkehrschaos ist aber auf jeden Fall vorprogrammiert. Heute im Ruhrgebiet Blauer Himmel und was Schmitte, der heute wieder dabei ist, richtig angeregt hat über der Arena, sind dann doch die grauen Wolken. Hoffentlich nur ein minimales Zeichen und nicht mehr. Aber gut, nach den letzten Spielen ist man als Schalke-Fan durchaus abgehärtet. Ich glaube nicht, dass wirklich viele heute große Erwartungen rein ans Ergebnis haben. Dann geht es eher um die Art und Weise. Und ich glaube, da darf man schon erwarten, dass sich da die Truppe ein bisschen besser zeigen wird als letzte Woche in Magdeburg. Und da sind wir endlich wieder. Auf Schalke. Ich habe Bock. Auch typisch Schalke. Aber, wie gesagt, es geht eben auch jetzt rein von der Erwartungshaltung. Sicherlich nicht um irgendwie ein Heimsieg oder Unentschieden oder sonstiges. Ich glaube, da sind wir Schalker alle schon mittlerweile sehr geerdet. Aber ich glaube schon, dass man erwarten darf, dass die Mannschaft sich und unseren Verein vernünftig präsentiert, dass sie vielleicht eine gewisse Hoffnung geben kann für die nächsten Wochen. Nicht mehr, nicht weniger. Aber ich glaube, das darf man dann doch schon verlangen. Schon gut, was ist los hier am Auswärtseingang? Einige braun-weiße von St. Pauli zu sehen. Sehr angenehm, mehr als zwei Stunden schon hier vor Ort zu sein. Noch relativ wenig los. Vorbei, eigentlich sind da doch schon relativ viele da für die Uhrzeit bis hierhin. Aber noch alles sehr ruhig, sehr entspannt. Und jetzt erst mal Essen und Trinken. Endlich wieder eine schöne Stadion-Bratwurst auf Schalke. Zwei Wochen nicht gehabt. Das ist schon eine lange Zeit. Geil. Bierchen natürlich auch am Start. Kann man nehmen. Bei dem Wetter, die Arena nochmal umso schöner. Schick. Portion Pommes auf Schalke. Immer gut. Langsam wird die Freude aufs Spiel auf jeden Fall größer. Trotz der schwierigen Ausgangssituation. Die letzten beiden Male war ich ja nicht im Stadion. Das war echt ungewohnt für mich. Aber am Ende gibt es dann auch doch mal wichtigere Themen als den Fußball. Also nochmal kurz und knapp dazu. Und jetzt freue ich mich auf das Spiel gegen St. Pauli. Hinspiel lief ja 3 zu 1 für St. Pauli. Da war ich ja auch vor Ort an der Reeperbahn. Das war ja das letzte Spiel von Thomas Reis. Im Pokal haben wir knapp 1 zu 2 verloren. Das letzte Heimspiel gegen St. Pauli war ja unser Aufstiegsspiel mit dem 3 zu 2. Also immer wieder spektakuläre Spiele mit dabei. Mal gucken, wie es heute laufen wird. Man darf minimal von der Mannschaft erwarten, dass sie zumindest alles gibt. Und es die Leute nicht blamiert. Alles weitere müssen wir mal sehen. Ich glaube nicht, dass wir heute viel holen werden. Wenn St. Pauli durchzieht, sind sie deutlich, deutlich stärker. Auch spielerisch als Magdeburg. Und dann wird es ähnlich hoch ausfallen. Und deswegen aktuell mein Gefühl 0 zu 3. Das wird heute schon sehr, sehr schwer. Und jetzt geht es rein ins Stadion. Und da sind wir wieder. Gut eine Stunde, 20 Minuten vor Anpfiff. Endlich wieder im Wohnzimmer. Spannend wird es heute auch, wer bei uns in der Startelf stehen wird. Denn Baumgartel ist nicht im Kader. Schallenberg wird wohl in der Innenverteidigung spielen. Also Karel Gerrads würfelt ordentlich durch. Das wird ein überraschendes Startelf sein. Vielleicht so eine Art letzte Patrone. Denn es wurde ja spekuliert, dass es auch heute für Karel Gerrads ein sehr wichtiges Spiel wird. Mal gucken, was die Experimente heute bringen werden. Und wie tatsächlich dann gleich unsere Startelf aussehen wird. Denn gerade läuft noch das Felddienst-Fanspiel hier auf dem Rasen. Und in guten 10 Minuten wissen wir, wie die Startelf aussieht. Und das Dach heute übrigens auf. Sehr schön hier. Ah, St. Pauli meldet sich so langsam an. Heute, wie angerissen, auch Schmitte mal wieder mit dabei. Und der darf natürlich auch mal wieder seinen wunderbaren Tipp abgeben. Also, bitteschön. Stabilis 1-1 steigt heute. 1-1. Das wäre ja was. Stunde vor Anpfiff. Und jetzt ist die Startelf auch da mit einigen Änderungen. In der Offensive haben wir Tirodde, Lassem, Kabadai und Karaman vorne. Seguin dann als drei Mittelfeldspieler. Und sollte Schallenbeck Innenverteidiger spielen, haben wir neben ihm Mörkin und Kalasch, Ovejan und Sopi als Schienenspieler. Vielleicht ist es aber auch eine Viererkette. Wenn nicht, dann wäre es auf jeden Fall mit Dreierkette durchaus offensiv. Mit dem dann Kabadai, Karaman, Tirodde und Lassem vorne. Ja, Karel Gerrads probiert es. Mal gucken, ob es was bringt. Erste Reaktion heute auf die Keeper. 13.30 Uhr, Marius. Mühle. Und der 1.2. Viermann. Support ist da für den Verein, gegen den Absieg. Und da haben wir St. Pauli aus Westblock. Auf jeden Fall sehr gut gefüllt. Und jetzt kommt die Mannschaft. Aufstehen. Hier ist unsere Mannschaft. Attacke. Vorher werden sie raus hier. Der FC Schorkel. Null mehr. Und es gibt Applaus. Und Unterstützung ist da. Also trotz der letzten Woche und trotz der aktuellen Ergebnisse ist die Stimmung da. Da ist der Support da. Und dann gucken wir mal, was es gleich so geben wird. Ganz schwer einzuschätzen. Aber was logischerweise auch wieder Typ wie Schalke ist. Halbe Stunde vor Anfügt. Man hat einfach wieder unglaublich Bock auf die Stimmung, auf die Atmosphäre, aufs Spiel. Auch das ist Schalke. Laut Andreas Ernst von der Watz spielen wir sogar mit Mittelfeldraute. Mit Schalmbäck, Kalasch als Innenverteidiger. Mörkin links. Auwejan linker Mittelfeldspieler. Kabadai rechter Mittelfeldspieler. Seguin 6er. Karaman, Lassem, Theraude vorne. Ja, das wäre dann nochmal was anderes. Also Kargeratz wagt sich heute einiges. Entweder geht es komplett in die Hose oder irgendwie funktioniert es. Wir wollen euch kämpfen sehen. Schutt vor dem Mann, Schuss hier klar. Boah, St. Pauli noch sehr, sehr stark vom Supporter bis hierhin. Wo? Zeigt uns mit euren Handys vollen Zeugen. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt bereit. Denn sie tragen das Leder vor dem Arsch bei der Bank. Und Zauberstadt, und Zauberstadt, und Zauberstadt. Wir gehen dann am Start und sagt Barbara, hält für uns die Wacht. Was schön auf uns hau, wir glauben, wir glauben. Wir gehen dann zum ersten Mal in der Sechzehn, Schalke. 0-4. Es beginnt im Tor. Und die 32, Mario. Müller. Mit der Nummer 9. Simon. Theraude. Schiff-Coach. Toi, toi, toi für Karel. Gerrit. Danke. Bitte. Glück auf. Wie liebe ich dich? Hau es los. Blau und weiß, die lieb ich dich. Blau und weiß, verlass dich dich. All der schönen Farben hat, der Farben hat, hat er sich das Blau und weiß ausgedacht. Tausend Feuer in der Nacht, haben uns das große Glück gebracht. Tausend Freunde, die zusammenstehen, zusammenstehen, dann wird der MC Schalke. Die lieb man zum Tag gehen. Attacke jetzt. Reißt euch den Arsch auf für Schalke. Die Fans sind da. Vierakette mit Raute. Und los geht's. Ich hab Bock, trotz allem. Attacke. Attacke. Hier vom Spieler bis zum Aufsichtsrat. Keine Floskeln, keine Rede. Ab jetzt nur Ergebnisse. Richtige Botschaft. Genau so. Oh, gut. Oh, gut. Genauso. Stark, Jungs. Goal. Jawoll. Oh, ein Rander, ein Rander. Jetzt sind wir unten rum. Wir sind Top-Chance für St. Pauli gegen Wissens und Zweifach. Stimmung unglaublich stark. St. Pauli muss wechseln. Eric Smith, unglaublich starker Innenverteidiger. Raus, Spigala rein. Werden wir spielen, spielt er gut. Mal gucken, wer es heute macht. Unser Hut. Unser Hut. Unser Hut. Oh, 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 oh! Ole, ole, ole! FC Schalke 04! FC Schalke 04! Ah! Komm weiter, go! FC Schalke 04! FC Schalke 04! Boah, das ist hier Feuer drin. Wow! FC Schalke 04! Schalke 04! Genau so! FC Schalke 04! FC Schalke 04! FC Schalke 04! Oh, Mann! Ah! Oh, komm schon, ich zei nur dein Körper rein. Ja! Ja! Jaja, ja, 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 ja! 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 Ja, Mann! Ja, Mann! Ja! I never know! Ja! Ja! Schütze! Unsere 17! Joachim Schummo! Eins! Null! Bitte! Auf! Ja! Schölele! 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 Wir führen vor der Pause gegen Pauli! Ja, Mann! Weiter machen! Jawohl! Genau das brauchen wir heute! Tirode, Junge! Jusuf, Junge! Stark, Mann! Jawohl! Wow! Geil! Schalalalalalalalalalalalalala Schalke! Schalalalalalalalalala Ja, der ist von meiner Seite. Ja! JFS! 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 15 Schalke 04! 15 Schalke 04! Es ist Pause auf Schalke und wir führen mit 1 zu 0. Ich glaube, es hätte keiner im Stadion gedacht, aber von Anfang an war eine so krasse Stimmung in der Arena. Eine tolle Atmosphäre, tolle Unterstützung von Anfang an da für die Mannschaft und die hat bis hin geliefert. Jeder Zweikampf wurde angenommen, es ist aber auch ein sehr laufintensives Spiel von uns und da bin ich mal gespannt, ob die Kraft bis zum Ende ausreichen wird. St. Pauli bislang nicht ganz so stark wie erwartet und wir müssen genauso weitermachen. Das war echt eine gute erste Halbzeit. Wir führen, finde ich, auch gar nicht mal unverdient, aber es muss genauso weitergehen. Dann ist heute was drin, es wird aber eine sehr schwere zweite Hälfte. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, aber das ist echt gut. Also endlich mal, nehmt die Truppe alles an, was auf dem Spielfeld liegt und genauso muss es weitergehen. Jetzt geht es wieder rein ins Stadion, aber erstmal noch einen schönen Käsebrezel oder eine Käseschenkenstange. Mal gucken, was es so gibt. Und die sieht echt gut aus. Schönes Ding. Weiter geht's. Als weiterverläuft, mindestens genauso weitermachen, wenn nicht sogar noch mehr. Wenn die Du hast eine gute Flanke. Du bist das, was uns am Leben führt. Du hast eine gute Flanke. Und ran, ran, ran! Das war ein Flutschfinger. Meine Fresse. Das ist eine gute Flanke. Schade, aber wir machen gut weiter. Weiter, weiter, weiter. Geil, Mann! Geil, Mann! Geil, Mann! Geil, Mann! Geil, Mann! Geil, Mann! Ja, Soppi. Wir wollen rausgehen. Gelb. Vorbelastet. Brunner steht schon bereit. Na gut, Cedric Brunner. Eine Geschichte für sich. Geil, Soppi. Gutes Spiel. Stebble. Komm, Brunner. Komm! Noch 20 Minuten zittern. Hoffentlich können wir das irgendwie mitnehmen, aber es wird schwer. Geh-hoor-ho, geh-hoor-ho! Ja! Ja, Mann! Tor! Null mehr! Torstüte! Bereits zum zweiten Mal! Deine zweite Wohnung! Jusson! Gammade! Jusson! Gammade! Toten! Ja, Mann! Weiter machen! Holt euch diesen Sieg! FC Schalke 04! FC Schalke 04! FC Schalke 04! Kastner 04! 24! Kastner 04! Fünf und zwei Waffen-Torche! Witter 17! Jusson! Gammade! Jusson! Gammade! Die 9 auf den Tillens. Die 23! DAKUR! Schulieder! Spannend! Schallenbär! Stark, Junge! Schallenbär! 87. Anschlusstreffer. Jetzt wird's noch mal ne Zittnerpartie. Schon die 89. Junge! Boah, komm! Ole, ole! Ole, ole, ole! FC Schalke 04! FC Schalke 04! FC Schalke 04! FC Schalke 04! 7 Minuten Nachspielzeit! Schalke 04! Ja! 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 Ich glaube, das ist die Entscheidung. Der Torschütze mit der Nummer 19, Tina. Karaman. Tina geht. Karaman. Der war im neuen Spielstand. Schalken. Das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Applaus Applaus Feierabend auf Schalke und wir schlagen St. Pauli mit 3 zu 1. Ich habe keine Ahnung, wie das heute möglich war, aber es war von Anfang an eine geschlossene Teamleistung mit Einsatz ohne Ende, mit Zweikampfwille ohne Ende. Und genau so musst du halt solche Spiele mal annehmen. Das war ein Kraftakt, das war eine richtig gute Leistung und für mich auch dann ein verdienter Heimsieg. Am Ende stehen drei Punkte gegen den Tabellenführer. St. Paulis zweite Pleite, Lob auch dort nochmal an die Fans. Das war ein richtig starker Auswärtssupport meiner Meinung nach und bei uns aber auch ein richtig starker Heimsupport. Also was da für eine Energie in unserem Stadion war heute von Sekunde 1 an, trotz dieser aktuellen tabellarischen Situation, war schon richtig, richtig stark. Aber, und auch das finde ich wichtig zu sagen, es sind halt nur drei Punkte. Wir müssen die nächsten Wochen weitermachen. Da warten weitere schwere Gegner auf uns. Nächste Woche alleine schon mit dem SC Paderborn. Aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung und vor allem finde ich, ein Sieg, dem man Karel Gerrads vor allem auch zusprechen darf. Bedingt durch seine interessanten, taktischen, aber eben auch sehr richtigen Entscheidungen. Wir holen drei wichtige Punkte. Es hat richtig Spaß gemacht, heute wieder auf Schalke gewesen zu sein. Und jetzt geht immer gerne eure Meinung zum Spiel und zum Vlog in die Kommentare schreiben. Und in dem Sinne sage ich, macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball! Bis zum nächsten Mal.